Was geht ab, meine Wunschkinder? Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf dieses Video freue. Schon seit Ace rausgekommen ist, dachte ich mir, dass ich den Typ so hart auseinandernehmen werde, um einen umfangreichen und präzisen Guide zu machen. Und ich bin mir sicher, dass ich für euch sehr nützliche Tipps habe, die nicht jeder kennt. Nicht nur, dass man gerne die neuen Operator in der neuen Season spielt, nein, Ace ist perfekt auf mich zugeschnitten. Er ist ein Heartbreacher, bedeutet er erfüllt eine sehr effektive und immer nützliche Rolle in eurem Team, hat eine unfassbar gute Waffe, Smokegranaten und ist auch noch ein Two-Speed. Die meisten wissen, ich liebe die Two-Speed-Operator. Ace ist seit einem Jahr mit einer der wohl besten Operator, die in der Zeit rausgekommen sind. Und er wird sicherlich einer der meistgespielten Operator bleiben. Wieso, fragt ihr euch? Naja, er hat von jedem Heartbreacher etwas, beziehungsweise irgendwie die coolsten Sachen der anderen Heartbreacher bekommen. Also ich kann Windows Distanz öffnen. Kann ich auch. Aber durch meinen Breach kann man durchlaufen. Was hast du gesagt? Ich kann dich von hier hinten nicht hören. Aber ich kann Utility zerstören. Ey, das ist cool, aber ich gebe dir einen Tipp. Du bist viel zu nah dran, geh etwas weiter weg, wie zum Beispiel von hier hinten, denn sonst könntest du über den Haufen geschossen werden. Besser wäre es sogar noch, wenn wir es von hier unten machen. Der Gegner hat nicht mal eine Line of Sides zu dir und du kannst seine Deckung schrotten. Es klingt irgendwie viel zu schön, um wahr zu sein, aber Ace ist halt einfach fast schon der perfekte Operator. Es beginnt ja allein schon mit seinem Low-Dot. Die AK hat den höchsten Damage-Output im Attack und eine sehr hohe Feuerrate. Das Ding schmilzt die Gegner nur so weg. Hat die P9 als Sekundärwaffe, was auch nicht schlecht ist. Ich meine, 45 Schaden und 16 Schuss sind schon echt saftig. Und hat dazu auch noch Rauchgranaten. Und das ist ein Grund, wieso Ace so gut ist. Aber dazu kommen wir gleich. Ich denke mal, ich rede jetzt nicht über die Konter von Ace, denn das sollte klar sein. Außerdem seid ihr schlaue kleine Burschen, die das auch selber herausfinden. Es gab vor ein paar Wochen noch einen Trick, wo man Schockdraht mit Ace tricken konnte. Das geht jetzt aber nicht mehr. Auch wenn das ein sehr nützlicher Trick war, bin ich echt froh, dass es nicht mehr funktioniert. Außerdem gibt es ein paar andere Sachen, die ich euch gerne ans Herz legen würde. Und wieso Ace momentan mein meistgespielter Operator ist. Tipp Nummer 1. Der perfekte Breach. Das wird ein schnelles Thema, aber wird immer nützlich sein. Wenn ihr mit Ace einen perfekten Breach wollt, peilt an dieser Stelle eine Wand an. Also diese zwei Pluszeichen, die weit auseinander sind. Wenn ihr hier in der Mitte eine Ladung platziert, dann ist der Breach perfekt zum Durchgehen. Bei anderen Breaches, wenn ihr zum Beispiel niedriger oder höher platziert, kann es sein, dass ihr entweder crouchen müsst oder drüber springen müsst. Also immer schön darauf achten, auf der perfekten Höhe zu platzieren. Tipp Nummer 2. Machen wir weiter mit dem Zerstören von Utility. Und ja, ich weiß, es ist kein großes Geheimnis, dass Ace mobile Schilde zerstören kann. Aber hört erstmal zu. Das Zerstören gewisser Utility muss nicht immer zwanghaft von A nach B verlaufen. Wie ihr am Anfang des Videos schon gesehen habt, zerstöre ich Utility gerne von unten. Das hat einen sehr großen Vorteil. Mobile Schilde sind sehr gefährlich und müssen definitiv zerstört werden, weil sie euch am Ende zur Qual werden können. Bedeutet, wenn ihr vor einem mobilen Schild steht, könnt ihr natürlich eure Selma direkt auf das Schild schmeißen. Aber was könnte passieren? Die 1-Million-Renon-Frage. Was passiert, wenn man seine Selmas frontal auf ein Schild schmeißt? Antwort A. Jemand spielt hinter dem Schild und schießt dich ab. Antwort B. Die Selmas werden durch Wamai abgefangen. Antwort C. Die Selmas werden durch Jäger abgefangen. Antwort D. Ja, richtig, alles kann eintreten. Wenn ihr einen mobilen Schild von unten zerstört, ist es unwahrscheinlich, dass die Dinger durch ein ADS von Jäger oder durch ein Magnet von Wamai abgefangen werden. Ihr müsst natürlich nicht zwanghaft nach unten laufen, um eins zu zerstören. Aber wenn ihr schon unten seid, dann wäre es klug, eure Position von dort aus zu nutzen. Man kann tatsächlich viel Utility zerstören, auch Evil Eyes oder Miras Fenster. Seid bei Miras Fenstern aber nur vorsichtig. Sagt mir nicht, das Miras Fenster steht da noch. Tipp Nummer 3. Uncoming Breach. Etwas, das ich sehr gerne hervorheben möchte. Und ein Grund war, wieso ich mich überhaupt dazu entschieden habe, ein detailliertes Video über Ace zu machen. Thermite ist für dicke Löcher. Hibana ist für die Luken zuständig. Maverick für eine Line of Sight. Und Ace ist für Breaches, die man eigentlich nur schwierig breachen kann. Also, kommt auf meinen Schoß und hört erstmal zu. Es gibt auf Maps Wände und Luken, die immer geöffnet werden. Durch Hibana, Maverick oder Thermite. Dann kommt Ace und gibt euch weitere Optionen. Also Breaches, die man gerne öffnen würde, aber auch oft zu gefährlich sind. Ich zeige euch mal, was ich meine. 90 Hallway of Villa. Die Wand zum Vault ist unglaublich kostbar, weil man auch vom Fenster aus einen Engel halten kann. Aber es verteidigt meist jemand den 90 Hallway. Ihr müsst diese Person nicht killen. Ihr könnt sie verjagen, verwirren oder auch umgehen. Und jetzt sage ich euch was. Ich liebe die Smoke Breach Combo. Smoke rein, sodass sie direkt vor der Wand hoch geht. Sie verdeckt die Wand und ich schmeiße eine Selma hinterher. Somit ist es unfassbar schwer für den Verteidiger, die Selmas zu sehen und zu zerschießen. Und zack, die Wall ist auf. Weiteres Beispiel. Chalet West Main. Die Trophy Wall ist auch so unglaublich kostbar. Wird aber kaum gebreached, weil es zu gefährlich ist. Man könnte von zu vielen Winkeln gepiekt werden. Also was machen wir? Smoke rein, warten bis sie hoch geht, Selma hinterher und weiter abaimen. Und die Wall ist wieder offen. Das geht mit so vielen Wänden. Es öffnen sich so viele neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch auf Clubhouse die Wall in Construction zu Cash. Die Wand muss man nicht mal absmoken, aber auch diese Wand ist so fucking kostbar. Und das ist ein Hauptgrund, wieso Ace so fucking gut ist. Tipp Nummer 4. Ihr kennt das. Ihr seht ein Thermite, der seine Charge an einer Barrikade anbringt und zündet. Das Fenster ist offen! Will der mich verarschen? Ich kann verstehen, dass ihr eben in den Hinterkopf schießen wollt, aber als Ace gibt es da einen bestimmten, sehr guten Grund für. Wenn ihr ein verbarrikadiertes Fenster seht und eine Selma dort gegenschmeißt, zerstört die Selma die dahinterliegenden Gadgets wie Stacheldraht, ADS, Gumin und alles, was da noch so rumliegt. Da gibt es schon ein paar nützliche Spots, wie Bank, Archive-Window, Chalet, Trophy-Window, Clubhouse, TV-Window, Coastline, Kitchen-Window oder auch die Door und, und, und. Es gibt fast auf jeder Map so ein Fenster. Behaltet es einfach mal im Hinterkopf. Tipp Nummer 5. Geräuschkulisse. Die Selmas brauchen sehr lange und sind verdammt laut. Was durchaus ein sehr guter Faktor ist, mit dem man spielen kann, beziehungsweise zwei gute Faktoren. Wir nehmen mal das Beispiel Clubhouse. Und der beliebteste Verteidigungsort ist wohl Cash TV. Sagen wir, es ist eine 1v1 Situation. Dann schmeißt eine Selma an die Garage und flankt durch die Main Door über die Main Stairs. Der lange und laute Breach-Vorgang der Selmas verdeckt eure Schritte und zieht gegebenenfalls auch die Aufmerksamkeit auf den Breach. Bedeutet, ihr seid ganz woanders. Ihr habt ein Zeitfenster, welches ihr nutzen könnt und holt euch einen Vorteil raus. Ich muss natürlich nicht erwähnen, dass das überall funktioniert. Instagram und mein Merch sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5. Euer Jericho5. Jager4. Ich kann verbrechen lassen. Ich bin aufmerksam Und wenn es siete sind, wird Müsse zum Video für Januar. Bedeutet, ihr habt ein wenig. Bis zum nächsten Mal.